Es beginnt als ein Wispern, eine Verheißung. Der Hauch einer Brise tanzt über den Todesschrein von 300 Männern. Aus der Brise wurde ein Sturm. Ein Sturm der Aufopferung, meine Brüder. Ein Sturm der Freiheit. Ein Sturm der Gerechtigkeit. Ein Sturm der Vergeltung. Nichts kann mein Imperium aufhalten. Ich werde die Griechen angreifen. Mit meiner ganzen Flotte. Es wird Tod und Zerstörung geben. Ja, so wird es sein. Jetzt! Unfall! 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 Übergeheiß! Untertitelung des ZDF für funk, 2017